Musik Endlich kann der neue Reuterpark genutzt werden. Mit der neu gestalteten Fläche hier am Rande der Reuterstraße ist eine großartige Spiel- und Freizeitfläche insbesondere für Kinder und Jugendliche entstanden. Als Stadtverordneter der BBB-Fraktion freue ich mich über die Neugestaltung, die die Wohnqualität der angrenzenden Wohngebiete deutlich verbessert. Bonn braucht viel mehr solcher Naherholungsflächen. Nicht jede Freifläche sollte zugebaut werden. Hierfür setzen wir uns als BBB-Fraktion schon seit vielen Jahren ein. Übrigens war es der BBB, der sich bereits vor vielen Jahren gegen eine geplante Massivbebauung eingesetzt hat. Die damaligen Pläne zur Bebauung der Fläche konnten verhindert werden. Nun profitieren alle von dem neuen Reuterpark. Musik 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 Musik